Das Mädchen von Rebecca Stoke Teil 2 der Reihe Die Kinder Gelesen von Omid Paul F. Tekari Wir wünschen viel Freude beim Hören. Schau hinter dich, schau vor dich. Du denkst, du bist allein, Kind, weil wir gar nicht da sind. Doch komm raus, mein Kind, und spiele. Wir sind schon ganz schön viele. Wir sind hier, immer bei dir. Du weißt's genau, doch du siehst uns nicht. Und nun schallt aus, kleines Kind, das Licht. Ein Kinderlied für böse Kinder. Prolog Da war das Mädchen. Jeden Tag. Niemand kannte das Mädchen. Sie war wie eine Hülle ohne Inhalt. Ging immer allein durch die Straßen, während sie ins Leere blickte. Man kannte ihren Namen nicht und wurde sie danach gefragt, antwortete sie manchmal selbst mit Ich bin das Mädchen. Als hätte sie gar keinen Namen. Verwirrt blieb man dann zurück, denn das Mädchen war doch eine Frau. Niemand wusste, wie alt sie war. War sie Ende 20, 30, schon 40? Man sah das Mädchen nie mit anderen Menschen, nie mit einer Freundin in der Stadt, nie bei ihr zu Hause. Nie parkte ein Wagen vor ihrem einsamen, großen Grundstück, das abgelegen am Rande des unscheinbaren Städtchens Hackettville lag, tief im Südwesten Louisianas, nur einen Katzensprung von Lake Charles entfernt. Abgelegen war gar kein Ausdruck für diesen Ort. Ein festgefahrener Sandweg bog von der Hauptstraße ab, führte zwischen Zuckerrohrfeldern weit ins Land, um irgendwann wieder auf einen Weg zu stoßen, an dessen Ende schließlich das flache Haus des Mädchens zu erkennen war. Das Haus stand weit hinter einem hohen Eisenzaun, der mindestens 50 Jahre alt war. Der Wald hinter dem Haus, sumpfig, moorig und uneben, war gruselig. Bäume standen dort in grotesken Positionen, einige verdorrt und verfault, weil ihre Wurzeln unter Wasser lagen. Nur selten trieb es einen Menschen in diese Gegend, fast nie. Und jene, die aus Neugier mal wissen wollten, wie das Mädchen so lebte, gingen schnell wieder, als sie ihr wütendes Gesicht am Fenster sahen, das ihnen sagen sollte, verschwindet und lasst mich in Ruhe. Denn das Mädchen fand Neugier widerlich. Die Gier nach Sensationen war etwas, was sie verabscheute. Gier konnte vieles anrichten. Sie wollte nicht Gegenstand des Tratsches in der Stadt sein. Doch obwohl sie sich bemühte, konnte sie es trotzdem nicht verhindern. Die Einwohner von Hackettville zerrissen sich die Mäuler über alles und jeden, der nicht ins Bild passte. Und sie, das Mädchen, war ein Paradebeispiel dafür. Gier war widerlich. Das Mädchen wusste es genau. Tuck Meyer war einer der Gierigen. Will nicht wissen, was sie in dem Haus versteckt, sagte Mrs. Gablin, als Tuck, der 15-jährige Sohn des Architekten Aidan Meyer, sich eines Tages im Sommer auf sein Fahrrad schwang. Sein Vater meinte ständig, er müsste einen Helm tragen, doch das war peinlich. Mrs. Gablin, die Nachbarin, unterhielt sich am Gartenzaun mit Mrs. Fulham, die gerade mit ihrem Hund unterwegs gewesen und von der geschwätzigen Frau angehalten worden war. Tuck wusste, von wem die Rede war. Habe sie gestern gesehen, sagte Mrs. Fulham. Sie trug dieselben Sachen wie letzte Woche. Sie hat kaum gesprochen, als sie beim Einkaufen war. Der Verkäufer musste ständig nachfragen, was sie denn wollte. Ein komisches Mädchen. Mädchen. Tuck grinste, als er losfuhr und fühlte sich nur noch mehr in seinem Vorhaben bestätigt, etwas zu tun, was er nicht tun sollte. Er radelte durch die Straße und bog in die Stadt ab. In der Mitte des Ortes gab es einen Park mit Bänken und einem Springbrunnen. Er war so groß, dass man denjenigen, mit dem man sich hier treffen wollte, förmlich suchen musste. Tuck sah William aber recht bald, denn er saß auch schon auf seinem Rad. Kann's losgehen? fragte William sichtlich ungeduldig. War er etwa auch nervös? Tuck zeigte beim Grinsen seinen spitzen Eckzahn. Wovor hast du denn Angst? Ich hab keine Angst. William machte eine wegwerfende Handbewegung. Los, lass uns schneller fahren, sonst überleg ich's mir noch anders. Also hast du Angst. Aber sie wird dich nicht hindern. Du willst es auch sehen. Genau wie ich. Und die Mutprobe bestehen. Eine Mutprobe, die seit Wochen in der Schule kursierte. Ein paar Jungs hatten sich ihr schon stellen wollen, waren aber stets dort gescheitert, wo der Feldweg zu Ende war. Es war eine Mutprobe, bei der man bis zum Haus des Mädchens vordringen sollte, um zu erfahren, was sich dort befand. Das Mädchen, das so abgelegen wohnte. Das Mädchen, das nie viel redete. Das Mädchen, das immer allein war. Auch Tucks Herz klopfte Wilder, als sie die Stadt verließen und unter der sengenden Sonne über Feld und Wiesen strampelten. Neben der Straße, auf die sich kaum ein Wagen verirrte, verlief ein künstlich angelegter Kanal, der regelmäßig überlief, sobald es regnete. Es war heiß und die Luft schwül, als Tuck und William auf den festen Sandweg abbogen. Was, wenn sie uns sieht? fragte William. So eine dumme Frage. Tuck ließ sich seine Nervosität nicht anmerken. Sie ist nie draußen und Patrick hat letztens gesagt, er wäre auf ihr Grundstück gelaufen und sie hätte ihn durch das Fenster beobachtet und nichts getan. Der lügt, meinte William. Keiner hat es so weit geschafft. Wir schaffen es. Tuck belächelte ihn, als sie vom Zuckerrohrfeld auf einen noch schmaleren Weg abbogen. In einiger Entfernung erkannten sie den Wald. Wir sind da. Tuck wurde langsamer. Sie stiegen ab und gingen das letzte Stück zu Fuß, schoben ihre Räder neben sich. Kein Windzug zog über das Land, die Hitze ließ sie schwitzen. William redete wenig, obwohl er von der Idee, sich auf das Grundstück des Mädchens zu schleichen, hellauf begeistert gewesen war. Er wollte unbedingt selbst einmal diese Mutprobe bestreiten, die an ihrer Highschool voll im Trend war. Mir ist unwohl, sagte er nun. Tuck schüttelte den Kopf über ihn und war sauer. So eine Pfeife konnte er nicht gebrauchen. Sein bester Freund war ein Weichei. Selbst Tiffany hätte mehr Mumm gehabt. Da! Tuck blieb stehen. Sie hatten den Zaun erreicht. Er lag geschützt im Schatten des Waldes. Das Grundstück war riesig. Die ganze Fläche war umzäunt. Das flache, kleine Haus mit großem Abstand zur Grundstücksgrenze könnte ebenfalls als einfaches Farmhaus oder bessere Hütte durchgehen. Vor dem Zaun hatte Tuck schon einmal gestanden und dann gekniffen. Nun aber legte er das Fahrrad auf das Rasenstück davor, umklammerte die Eisenstangen und betrachtete das Haus. Es war wenig einladend. Es gab keine Blumen, keine Dekoration auf der vorderen Veranda, nicht wie bei Mumm. Helle Vorhänge waren vor die Fenster gezogen. Ja, los. William ließ sein Rad ebenfalls fallen und ging rechts am Zaun entlang zur Waldseite. Irgendwo da vorn hört der Zaun auf und es kommt eine Hecke. Sie ist voller Dornen und sehr hoch, aber Lauren meint, es gibt ein Loch. Wie will Lauren das wissen, wenn keiner weiter als bis zu diesem Zaun gekommen ist? Tuck hatte das Möchtegern-Gelaber seiner Mitschüler satt. Alle erzählten Heldengeschichten, doch keiner hatte die Eier wirklich weit zu gehen. Lauren, ach, was weiß ich. William blieb stehen und wischte sich über das Gesicht. Scheiße, Mann, ich hab Schiss. Tuck konnte seinen Blick kaum vom Haus lösen. Er sah sich um, als sie schleichend dem Zaun in den Wald folgten. Scheiße, wenn sein Vater ihn hier sehen würde, der würde ausrasten. Er ging voraus. William folgte ihm. Sie fanden das Loch, was kein Loch war, sondern lediglich eine etwas lichtere Stelle in der Hecke. Tuck krabbelte zuerst durch und fluchte, weil die Dornen ihn pieksten. William kletterte hinterher. Dann standen sie auf dem Grundstück des Mädchens. Es war wenig spektakulär. Viel hohes Gras, ungepflegte Beete, die sicher einmal ansehnlich gewesen waren. Ein Brunnen, viele Eimer und Töpfe, unordentlich auf dem Boden gestapelt, zwei Schuppen aus Wellblech. Doch das Interessante wartete weiter vorn, das Haus des Mädchens. Die Jungen gingen nebeneinander, fokussierten das Gebäude, das von hinten noch ruhiger und einsamer wirkte als von vorne. Sie ist nicht da, sagte William erleichtert. Tucks Blick haftete auf dem Haus. Doch sie ist immer da. Außerdem steht ihr Auto vorn.